Herr Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, jetzt haben wir einen Perspektivwechsel weg vom DQR, von currikularen Fragen und Ähnlichem, Anerkennungsfragen hin zu der Frage, was kostet lebenslanges Lernen, wie kann, wie sollte es finanziert werden, wie wird es finanziert? Ich vermute mal, dass ich in erster Linie heute hier stehe, weil ich mal vor zehn Jahren, das ist schon zehn Jahre her, von 2001 bis 2004 diese Bundestags- und Bundesregierungskommission, Expertenkommission, Finanzierung, Lebenslangen Lernen geleitet habe. Wir haben drei Jahre intensiv gearbeitet, wir haben Gutachten eingeholt, Expertisen und haben einen, wie ich nach wie vor finde, einen schönen Abschlussbericht vorgelegt, der leider das Schicksal hatte, dass kurz nach der Übergabe die Regierung wechselte und damit sozusagen die Ansprechpartnerin, die Ministerin für Forschung und Wissenschaft wechselte und meinte, das, was wir für eine rot-grüne Ministerin geschrieben haben, das konnte eine schwarz-gelbe nicht mehr übernehmen. So geht es einem manchmal und so geht es einem auch Kommissionen. Aber ich glaube nicht, dass wir, wir haben auch nicht umsonst gearbeitet, aber auch nicht vergeblich, würde ich das mal so ausdrücken. So, ich werde zum Teil auf das zurückkommen, was wir in dieser Kommission erarbeitet haben, weil vieles von dem überhaupt nicht veraltet ist und nicht überholt ist. Das liegt darin, dass auch wenig von dem aufgegriffen wurde bis heute von der Politik und daher durchaus noch der Umsetzung harren könnte. Also ich habe eine eher Makroperspektive, die ich Ihnen biete. Ich ordne auch so ein bisschen die Finanzierung der Weiterbildung, sage ich jetzt mal, in die Gesamtfinanzierung des Bildungssystems ein, aber konzentriere mich nachher dann schon auf die Finanzierung der Weiterbildung. Und damit kommt gleich ein Punkt hinein in meine Präsentation, die wichtig ist. Man kann das lebenslange Lernen in zweifacher Weise definieren. Man kann es einmal definieren, und das war sozusagen die Definition, mit der unser Auftrag verknüpft war, das Lernen von Menschen, die eine Ausbildung abgeschlossen haben. Das kann sein Berufsausbildung, das kann auch sein ein Studium, beziehungsweise Menschen, die formal ihre Schulkarriere abgeschlossen haben oder ohne Abschluss, aber sagen, alles was davor gelagert ist, war bei uns außen vor. Das ist aber schon für zur zweiten Definition des lebenslangen Lernens. Man kann es ja auch so definieren, dass man sagt, von der Wiege bis zur Ware. Das ist sozusagen eine sehr weite Diskussion. Und ich beschäftige mich zurzeit mit der zweiten Variante, aber nicht heute hier, sondern ich mache für die Bertmann Stiftung auch so eine Art Expertise über lebenslanges Lernen, Finanzierung lebenslanges Lernen, aber das wirklich über eine Lebensbiografie hinweg. Aber ich bin noch nicht fertig und deshalb werde ich dazu hier auch nichts sagen. Und es ist nur ein Ausschnitt. Also was werde ich Ihnen vortragen? Ich habe eben gehört, und das finde ich gut, dass nach mir jemand sprechen wird, der das aus der Mikroperspektive, aus seiner eigenen Lebensperspektive auch nochmal darstellt, wie er sein Studium, sein Aufstiegsstudium finanziert hat, was es ihn gekostet hat und so weiter. Also ich habe eher die gesellschaftliche, die Makroperspektive. Ich fange an mit ein paar Teilnahmebefunde aus dem jüngsten Bericht, aus dem jüngsten Education Adult Survey, der inzwischen europaweit erhoben wird, aber da eben auch für Deutschland Daten hat. Ich werde dann auch nochmal an bestimmten Punkten zu der Arbeit unserer Kommission zurückkommen. Ich werde dann Ihnen etwas vorstellen über Ausgabenstrukturen, vor allem in den öffentlichen Händen für Bildung und Weiterbildung, aber auch aus der betrieblichen Perspektive. Ich werde etwas zum Ressourcenspektrum sagen. Sie werden sehen, wir haben, und ich tue das auch heute immer noch, ich fasse Ressourcen etwas weiter als nur die Geldfrage. Ich werde Ihnen kurz sagen, in welchem Raum von Finanzierungsinstrumenten so eine Diskussion immer stattfinden kann. Wenn es um Finanzierung nicht nur des lebenslangen Lernens geht. Ich werde dann nochmal ganz kurz einführen und Ihnen vorstellen, die Empfehlungen, die wir damals gemacht haben und die an vielen Stellen nicht umgesetzt und damit nicht überholt sind. Und ganz zum Schluss eine kleine Vision, wie vielleicht in Zukunft Weiterbildung und dieser Teil des lebenslangen Lernens finanziert werden könnte. Ich fange jetzt mal an mit Beteiligungsbefunden, das sagen aus dem AES, wie das so schön heißt. Sie sehen hier zwischen 1991 und 2012 die Entwicklung, so ein bisschen uneben. Gerade diese Phase hatte mal Unruhe erzeugt, weil man dachte, oh oh, in einem Zeitalter, in dem so intensiv über lebenslanges Lernen diskutiert wird, scheint es rückläufig zu sein, zumindest was die Ressourcen angeht oder die Teilnahmequote, auch das Interesse daran. Aber Sie sehen, dann plötzlich gab es 2012 wieder einen großen Sprung nach vorne. Nun ist diese Weiterbildungsbeteiligung nicht gleichmäßig über alle möglichen Merkmale der Teilnehmenden verteilt. Hier sehen Sie, dass in Abhängigkeit des Alters oder von Altersgruppen, vor allen Dingen hier am Ende, da hat ab 55 plus deutlich etwas abfällt. Gleichzeitig aber, wenn Sie genauer hingucken, können Sie sehen, dass dort in den letzten fünf Jahren, zwischen 2007 und 2012, der stärkste Zuwachs stattgefunden hat. Also das Alter wurde früher immer als ein Grund genannt, weshalb ab 50, ab 55 die Weiterbildungsquote sehr niedrig gewesen ist. Unter 30 Prozent, zum Teil zwischen den Geschlechtern noch unterschiedlich. Und man hat das immer aufs Alter zurückgeführt. Nach dem Motto, vielleicht hat man auch die alte These im Hinterkopf gehabt, was man, was Händchen nicht lernt, lernt Hans Nimmermehr. Und vor allen Dingen, wenn Hans oder auch Annemarie über 50 oder 55 ist, dann können Sie es auch nicht mehr lernen. Und das schlägt sich da nieder. Das war aber eine falsche Annahme. Wir haben damals erstmalig, muss ich sagen, eine Expertise in Auftrag gegeben, die kam zu dem Schluss, es liegt nicht am Alter selbst, sondern es liegt an der Erwerbsquote ab 50, ab 55. Die Erwerbsquote war zu dem Zeitpunkt bei 30, 33 Prozent. Inzwischen liegt sie bei 61, fast 62 Prozent. Das heißt also, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der Weiterbildungsteilnahme, ich sage mal ab 50, ab 55 und der Erwerbsquote. Der Beschäftigungsfähigkeit. Also die eigentliche Ursache liegt nicht im Alter, sondern wenn überhaupt in der Erwerbstätigkeit. Diese Altersgruppen waren dann immer im Fokus der Aufmerksamkeit. Alte müssen mehr lernen, wurde dann plötzlich gesagt. Aber sie tun es inzwischen, weil sie auch länger arbeiten. Das ist ein interessanter Punkt. Hier sehen Sie das Ganze nochmal auch nach Alter für die Erwerbstätigen. Und da sehen Sie eben auch diesen deutlichen Zuwachs. Das ist die Altersgruppe, wo am klarsten eigentlich ein Trend erkennbar ist in der Weiterbildungsteilnahme. Migrationshintergrund ist auch ganz deutlich ein Einflussfaktor. Sie sehen eben hier, dass egal, wo Sie hingucken, vor allen Dingen auch bei der betrieblichen Weiterbildung und bei anderen die Personen, die einen Migrationshintergrund hat, deutlich weniger partizipieren als die, die keinen Migrationshintergrund haben. Es gibt noch eine Reihe anderer Merkmale der Teilnehmenden, die deutliche Unterschiede zwischen den Merkmalsträgern zeigen. Beispielsweise ist es ganz klar, ich zeige jetzt nicht alle Folien, das würde zu lange dauern, Arbeitslose. Menschen, die arbeitslos sind, haben signifikant niedrigere Weiterbildungsbeteiligung über alle Altersgruppen als die, die erwerbstätig sind. Das gilt sowohl für Vollzeiterwerbstätige wie auch für Teilzeiterwerbstätige. Es gibt einen ganz starken Zusammenhang zwischen Schulabschluss und Weiterbildungsteilnahme. Also schon der Schulabschluss, jetzt wird immer unterschieden zwischen niedrig, mittel und hoch, zeigt eindeutig die Wirkungsweise der Schulabschlüsse. Die mit hohem Schulabschluss haben eine deutlich höhere Weiterbildungsbeteiligung als die mit ganz niedrigem, das ist dreimal so hoch. Das gleiche gilt für die Berufsbildungsabschlüsse. Das gleiche gilt für die Stellung im Beruf und für die Position in den Organisationen. Also all das zeigt, dass es Merkmale gibt, die nicht neutral sind im Hinblick auf die Weiterbildungsteilnahme. und das hat auch uns damals in der Kommission sehr stark beschäftigt. Es war nämlich die Frage, wo wird in unserer bundesdeutschen Gesellschaft unterdurchschnittlich in Weiterbildung, in Lernen, in lebenslanges Lernen für Erwachsene investiert und wo müsste auch Förderung stattfinden, Förderung unter anderem auch auf finanzielle Art. Und wir haben damals, und das sind fast die gleichen Personengruppen, die ich eben auch mal ganz schnell so kursorisch genannt habe, insofern kann ich das heute nach wie vor zeigen, dass signifikant unterdurchschnittliche Teilnahme Wahrscheinlichkeiten sowohl am formalen wie non-formalen, also das informelle Lernen, das haben wir damals auch außen vor gelassen, weil dazu gibt es eben keine Daten, wenn Sie so wollen, vor allen Dingen, die man nicht in Finanzierungs- oder andere Dinge, Informationen übersetzen kann. Aber das formale, non-formale, lebenslange Lernen schon. Also hier steht es nochmal, die formale, geringe oder fehlende formale berufliche Qualifikation ist ein Merkmal, das von Weiterbildung und Lernen im Leben abhält, aber auch, das ist ein Gesichtspunkt, den man selten findet, aber den haben wir durch unsere Expertisen, die wir damals vergeben haben, auch herausgefunden, wissen, wissensarme und obsoleszenzträchtige Tätigkeiten. Menschen, die dort arbeiten, nehmen deutlich weniger an Weiterbildung teil als andere, die in wissensstarken oder wissensintensiven beispielsweise Tätigkeiten zu tun haben. Das korreliert auch ganz häufig mit traditionellen Arbeitsorganisationen, also nicht mit schlanken Organisationen, sondern mit sehr stark hierarchisierten Arbeitsorganisationen. Personen ohne Erwerbsstatus, beziehungsweise mit prekärem Erwerbsstatus, auch das gilt heute nach wie vor Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen in Kleinbetrieben, das KMU-Problem. Großbetriebe haben eine deutlich höhere Teilnahmequote als die KMUs. Frauen mit Kindern, das ist übrigens ein Gesichtspunkt, der auch wieder relativ selten benannt wird. Es wird häufig von Berufsrückkehrerinnen gesprochen, das war heute Vormittag auch der Fall. Wir haben damals in einer anderen Expertise die Botschaft erhalten, dass die Zahl der Kinder eine große Rolle spielt für die Weiterbildungsintensität von Frauen oder von Müttern, muss man sagen. Insbesondere alleinerziehende Frauen haben eine ganz, ganz niedrige Weiterbildungsbeteiligung. Das Einkommen spielt eine Rolle, habe ich schon gesagt, aber auch eben der Migrationshintergrund. Und was ich eben nochmal hier erwähne, Alter an sich nicht, sondern die Erwerbsquote. Das gleiche gilt auch bei der Teilzeitarbeit. Auch dahinter der Teilzeitarbeit stehen entweder andere Erklärungsfaktoren, Familiensituationen oder auch eben Erwerbssituationen. So, und das war für uns immer der Grund eben zu sagen, hier gibt es Weiterbildungsbedarfe, die nicht gedeckt sind, auch Bedürfnisse im Übrigen, die nicht gedeckt sind. Die Frage ist, mit welchen Instrumenten, Finanzierungsinstrumenten, kann man diese Gruppen motivieren, stärker an Weiterbildung teilzunehmen. So, ich komme jetzt nochmal zu meinem zweiten Punkt, versuche Ihnen zu zeigen, wie die Ausgaben für Weiterbildung, ich spreche jetzt nicht von Kosten, sondern von Ausgaben, das hat damit zu tun, dass im öffentlichen Sektor immer noch die Ausgabeneinnahmerechnung vorherrschend ist. Wenn Sie in die Finanzberichte gucken, das ist die Basis all dieser Grafiken, dann sind das Einnahmen, Ausgabenrechnungen, eigentlich nur die Betriebe, wenn man Daten vom Institut der deutschen Wirtschaft über die Kosten der betrieblichen Ausbildung hat, dann sind das tatsächlich Kostengrößen, die auch die indirekten Kosten, also Produktionsausfall und ähnliches erfassen. Das ist aber hier, wie gesagt, nicht der Fall. So, und Sie sehen hier oben, Sie sehen hier die verschiedenen Ressorts, insgesamte öffentliche Hände, also Bund, Länder und Gemeinden. Und Sie sehen hier einer, der ganz oben einsam mit über 50 Prozent seine Bahn zieht, sozusagen ein Ressort. Und hier unten sind alle anderen. Das hier oben ist das Sozialwesen. Das sind die Ausgaben für soziale Sicherheit über alle drei Ebenen. Also ein großer, großer Ausreißer. Das sind die Ausgaben für Schulen, Hochschulen und übriges Bildungswesen. Weiterbildung werden Sie dort nicht entdecken. Sondern die Weiterbildung ist, das muss ich selber immer hingucken. Sonst, Moment, irgendwo muss noch sonstiges Bildungswesen sein, aber es ist, glaube ich, gar nicht da. Also irgendwo hier unten, hier ganz unten, befindet sich die Weiterbildung. Das wird aber jetzt klarer, wenn ich das Sozialwesen mal rauslasse. Und das sehen Sie hier, hier sind wieder die Schulen und Hochschulen. Und komisch, irgendwas fehlt. Sonstiges. Irgendwo ist es hier drin. Gut, gehe ich weiter. Die Frage, wer trägt jetzt zur Finanzierung bei? Das sind Bund, Länder, Gemeinden und insgesamt. Sie sehen aber hier, der Hauptfinanzier aller Bildungsausgaben. Das ist wichtig. Es sind alle öffentlichen Bildungsausgaben drin, sind die Länder. Hier unten ist der Bund ganz schwach. Und das sind die Gemeinden. Also der Bund, das sehen Sie immer wieder, ist im Bildungswesen insgesamt nicht sehr aktiv als Finanzier. Das hat natürlich mit dem Föderalismus zu tun und damit, dass die Länder sozusagen die Kulturhoheit haben. Und das sehen Sie jetzt auch, wenn man das jetzt prozentual sagt, eine ganz stabile, wie sagen wir, Verteilung der Finanzierungslast für das gesamte Bildungswesen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden über 30 Jahre, 40 Jahre sogar in Deutschland. Jetzt haben wir es mit dem sonstigen Bildungswesen. Genau. Hier, das sind die Bildungsausgaben, nur die Bildungsausgaben, alle anderen Ressorts sind draußen, also das Bildungsrecht der öffentlichen Hände wieder insgesamt. Das ist sozusagen die Entwicklung von 1975 bis 2012. Und das ist wiederum die Entwicklung der Schulausgaben. Das ist die Entwicklung der Hochschulen. Und da haben wir das sonstige Bildungswesen, da unten. Und da ist die Weiterbildung. Also wenn Sie so wollen, das lebenslange Lernen für Erwachsene. Sie sehen also, welches Gewicht, welches Gewicht, ich sage mal, das lebenslange Lernen für Erwachsene in unserer Gesellschaft hat, wenn wir es, jedenfalls innerhalb, sagen wir mal, des öffentlichen Sektors, der öffentlich finanzierten Bildung, wenn wir das uns betrachten. So, und hier ist es noch mal in Anteilen gezeigt. Sie sehen hier, das ist der Anteil der Schulausgaben, etwas rückläufig, Hochschulen sehr konstant. Hier haben wir Förderung des Bildungswesens und hier haben wir wieder das sonstige Bildungswesen. Das heißt auch da, innerhalb des Bildungswesens spielt die Weiterbildung, die öffentliche Finanzierung der Weiterbildung keine sehr große Rolle. Und das ist, würde ich mal sagen, das ist der Stellenwert, dem Politik und unserer Gesellschaft, dass wir alle dem lebenslangen Lernen für Erwachsene, der Weiterbildung zumessen. Ist nun mal so. Ich gehe mal weiter, weil wir da auch schon drüber gesprochen haben. Ich mache jetzt einen kleinen Wechsel und komme jetzt zu den Ausgaben für Weiterbildung in Deutschland von 1986 bis 2010. Und da haben wir jetzt, das sind nicht nur die öffentlichen Ausgaben, da haben wir jetzt auch die Betriebe und die Individuen als Mitfinanciers. Das ist die Entwicklung der Gesamtausgaben. Diese blaue Kurve, die Ausgaben der betrieblichen Weiterbildungsausgaben. Diese dunkle hier sind die individuellen Bildungsausgaben. Das heißt, was die Individuen tragen. Jetzt muss ich aber sagen, zwei Probleme sind in diesen Daten. Das eine Problem ist dieser Hubbel hier bei den Betrieben. Die Statistiken zeigen den an, aber sie erklären den nicht. Ich habe bisher keine Erklärung gefunden, woran dieser Ausreißer im Jahre 2002 liegt. Ich vermute, dass in diesem Jahr jemand in die Ausgaben der Betriebe auch die indirekten Kosten einkalkuliert hat. Die ja immer noch den Gesamtwert der Investitionen erhöhen. Das ist meine Vermutung. Das schlägt sich natürlich dann auch hier nieder. Und das zweite Kaveat ist, bei den individuellen Ausgaben der Individuen, da haben wir keine guten Daten. Die letzte empirische Erhebung war 2002 vom BIP. Und seitdem gibt es keine mehr. Ich weiß aber, das BIP macht jetzt demnächst wieder eine. Also das sind immer so 10, 12 Jahresabstände. Und was man in manchen Studien findet, und wir haben das damals auch gemacht, wir haben einfach mit 2% hochgerechnet. Ja, das ist natürlich total willkürlich, aber es ist unwahrscheinlich, dass die individuellen Ausgaben zurückgegangen sind. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil der Trend eigentlich in unserer Gesellschaft ist, dass immer mehr Bildungsausgaben eher auf die Privaten, auf die Nutzer verlegt werden. Und das werden Sie gleich nochmal sehen, wenn wir in einen anderen Weiterbildungsbereich schauen, nämlich den der allgemeinen politischen, kulturellen Weiterbildung. Aber Sie sehen, Betriebe hier, die Individuen dort würden da sogar jetzt mehr, seit 2002 mehr beigetragen haben, zur Finanzierung der Weiterbildung als Betriebe. Also darüber kann man streiten. Aber eindeutig ist hier der starke Rückgang der Bundesagentur für Arbeit nach 2002. Das war ja diese Umsteuerung von Bildung auf Vermittlung. Da haben wir damals mit Herrn Clemens auch schwere Debatten gehabt, ob das vernünftig sei. So, das ist nochmal wieder mit diesem Huckel hier. Also der Anteil der gesamten Ausgaben für Weiterbildung, enthalten sind auch die betrieblichen Anteile am Bruttoinlandsprodukt. Und das ist auch etwas eigenartig. Also den Huckel vergessen wir mal wieder. Ich glaube, dass der Trend so ist. Und was uns ziemlich gewundert hat, dass es ein Trend ist, der einen leicht negativen Verlauf hat. Das heißt also, dass wir in unserer Gesellschaft einen leicht gesunkenen und sinkenden Anteil unserer Wertschöpfung in das investiert haben, was wir als immer so wichtig behaupten, nämlich das lebenslange Lernen, zumindest für Erwachsene. Also das hat uns ziemlich stutzig gemacht, muss ich sagen, und gewundert. Aber das muss man erstmal einfach zur Kenntnis nehmen. Und hier haben wir nochmal die Anteile, öffentlichen Händen, Betriebe, Individuen, Träger, also auch hier diese große Schwankung. Aber Sie sehen, dass vor allem die Bundesagentur auch anteilsmäßig enorm zurückgefahren hatte. Also 2000, schon früher, aber hier nochmal ganz deutlich. Und das ist vor allen Dingen, also die Betriebe sind hier. Und wo haben wir die, wen haben wir denn hier? Das ist immer so schlecht zu erkennen. Das müssten eigentlich die Individuen sein, genau. Also wie gesagt, mit diesem Kaviar, dass da an zwei Stellen Unsicherheiten sind. Bitte. Ich hätte eine Frage zu den Daten für die Träger, weil die ja erst offensichtlich 2002 beginnen. Ja, ich habe vorher keine Daten gehabt. Ja, was sich dahinter versteckt. Das sind die Volkshochschulverbände, also die Kommunen. Ja. Es sind die Wohlfahrtsverbände, es sind die kirchlichen und sonstigen. Und es gibt erst seit 2002 die sogenannte Verbundstatistik der Träger, der allgemeinpolitischen, kulturellen, Klammern auch beruflichen Weiterbildung. Die wird vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung geführt, aber erst seit 2002. Okay. Ja, vorher wissen wir nichts. Vielen Dank. So, hier haben Sie nochmal die Gesamt-, jetzt in Euro die Summen, ziemlich konstante Entwicklung, also kaum ein nennenswerter Anstieg. Das führt natürlich dazu, dass insgesamt der Anteil am BIP-Tendenz zurückgeht, weil das BIP ja immer weitergewachsen ist. Hier haben Sie nochmal die Finanzierungsstruktur im Weiterbildungsverbund. Das ist wichtig. Da sind die Betriebe jetzt nicht drin. Das sind also Volkshochschulen, katholische, die ganzen anderen Erwachsenenbildungssachen. Und da sehen Sie, dass der größte Finanzier sind die Teilnehmenden. Hier. Die etwa 35% an den Volkshochschulen sind, sind es zwischen 50% der Ausgaben, die die Teilnehmergebühren ausmachen. Hier unten haben wir wieder die Trägerausgaben. Ja gut, also das ist eigentlich die Botschaft, dass es in bestimmten Bereichen der Weiterbildung die Individuen sind, die den größten Anteil der Finanzierung tragen. Hier ist das Ganze nochmal in Millionen, das kann ich auch übergehen. Und hier haben Sie nochmal sozusagen die Entwicklungsstruktur der öffentlichen Ausgaben für die Weiterbildung, also nach Bund, Ländern, Kommunen und der Bundesagentur. Und das ist wiederum die Bundesagentur, die deutlich zurückgefahren hat. So, also jetzt haben Sie so einen gewissen Eindruck, wie die Finanzierung der Weiterbildung, sowohl der Weiterbildung insgesamt, auch unter Einbezug der Betriebe, immer mit diesen beiden Kaviarz da, aber auch im engeren Sinne des sogenannten Weiterbildungsverbundes sich entwickelt haben, in den letzten, zum Teil in einem langen Zeitraum, zum Teil in einem kürzeren Zeitraum. Im Ergebnis, wenn man das wieder drückspiegelt auf die Partizipationsgruppen, sind wir jedenfalls damals, und das war im Grunde auch der Auftrag, zu dem Schluss gekommen, im internationalen Vergleich ist Deutschland Mittelfeld, was die Weiterbildungspartizipation, was die Ausgaben für Weiterbildung und für lebenslanges Lernen, sag ich mal, auch der Anteil am Bruttoinlandsprodukt angeht. Und also müsste, sollte in unserer Gesellschaft mehr investiert werden, und zwar indem diese sogenannten Zielgruppen, die ich vorhin genannt habe, diese acht, neun Zielgruppen, die bisher deutlich unterdurchschnittlich partizipieren konnten, um die zu fördern und ihnen Mittel in die Hand zu geben, weil die Grundthese war, da fehlt es an Ressourcen. Und wenn wir überlegen, was heute und gestern diskutiert worden ist, also Aufstieg durch Bildung, jetzt in diesem speziellen Fall jetzt für eine ganz spezielle Berufsgruppe, für Techniker, dazu kann ich jetzt konkret im Moment noch nichts sagen, vielleicht später, wenn ich zu Buffer komme, da geht es im Grunde ja auch darum, in diesem Projekt offene Hochschulen Personengruppen in die Hochschulen zu kriegen, die bisher nicht drin waren. Und das heißt auch da, der Ressourcenbedarf steigt zunächst mal. Da wird im Moment getragen vom BMBF mit 100, 200, 300 Millionen, Aufstieg durch Bildung, so viel ist es. Aber die Frage ist, was passiert, wenn nach sechs Jahren die Förderung ausgelaufen ist, übernehmen die Länder es, müssen die ganzen Projekte wieder eingestampft werden. Aber im Moment jedenfalls gibt es einen Finanzierungsbedarf und meine Sichtweise ist die, dass das eigentlich, wenn die Gesellschaft, wenn die Politik das zum Ziel erklärt hat, die Hochschulen zu öffnen für Berufsgruppen, für Menschengruppen, die bisher nicht in den Hochschulen drin waren, die eine Berufsausbildung haben oder ähnliches, jedenfalls keinen formalen Zugang, dann ist es eine Grundaufgabe der Hochschulen und die muss im Grunde auch grundfinanziert werden. Das habe ich auch in der Jury ziemlich deutlich mal gesagt, der Aufstieg durch Bildung, aber das verhaltet dann ja irgendwo. So, was mir wichtig ist, wenn man über Ressourcen redet, redet man meistens nur über Geld, aber im Zusammenhang mit Lernen und mit lebenslangem Lernen ist das zu kurz gesprungen. Geld ist wichtig, das ist völlig klar, am Ende kommen wir immer wieder darauf zurück, aber wir haben damals in der Kommission gesagt, es gibt unterschiedliche Ressourcen und die müssen alle da sein, damit lebenslang gelernt werden kann. Und was meinen wir damit? Also hier psychische Ressourcen, Zeit ist eigentlich klar, Ressourcen, Geld, physische Ressourcen, aber auch Rahmenbedingungen oder institutionelle Rahmenbedingungen. Mit psychischen Ressourcen, das ist heute gelegentlich angesprochen worden, die Motivation der Lerner, die Anstrengungsbereitschaft, aber auch sowas wie eine Entscheidungsfähigkeit, aber auch die Organisationen, wenn ich jetzt an die Betriebe denke, auch die müssen wollen, sie müssen wollen, wenn die nicht wollen, passiert auch nichts. Also das ist ziemlich eindeutig, aber das muss man auch immer wieder mal betonen. Zeitliche Ressourcen, immer die alte Frage, in den Betrieben lernen während der Arbeitszeit, in der Freizeit, sowohl als auch, wie auch immer. Wir haben dann sehr viel diskutiert, auch Vorstücke gemacht über Lernzeitkonten auf der Basis von Gesetzen oder Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarung, da gibt es inzwischen ja eine ganze Menge. Also Lernzeitkonten in der einen Variante, individuelle Lernzeitkonten auf Betriebsebene als eine andere Variante oder Lernzeitkonten bei irgendeiner, sagen wir mal, Bundesagentur und man könnte das kombinieren, Lernzeitkonten mit monetären Bildungskonten. Also all diese Dinge, die haben wir damals diskutiert, die heute zur Zeit nicht in der Diskussion sind, kann ich nur sagen, also immer noch ungelöst. Aber dazu gehören physische Ressourcen, das ist klar, also nicht nur Gesundheit der Lernenden, das ist ein Gesichtspunkt, der auch häufig außen vor gelassen wird, wer nicht gesund ist, tut sich schwer beim Lernen oder kann gar nicht erst lernen, Räume, Material und so weiter, aber auch eben das lehrende, motivierende Personal. Wir haben dann damals gesagt, auch institutionelle Ressourcen müssen, spielen eine Rolle, auch für die Motivierung, zum Beispiel, ob ein Weiterbildungsprogramm zertifiziert wird, ob es einen Masterabschluss gibt, darüber haben wir dann heute, Vormittag und gestern gesprochen. Auch die Frage, ob es Qualitätsstandards gibt, Qualitätssicherungsmaßnahmen, die einzuhalten sind, die häufig ja auch Lernbedarfe erzeugen, Informationssysteme, Transparenz, Kündigungsschutz, all solche Dinge, Produkthaftungsnormen können, institutionelle Ressourcen sein, die Lernen entweder erzwingen oder zumindest nahe legen. Sie sehen daran, das ist ein ziemlich weiterer Begriff von Ressourcen, den wir benutzt haben, den ich aber im Zusammenhang mit Lernen für sinnvoll halte und wir haben alle für sinnvoll gehalten. Nun, welche Instrumente stehen eigentlich im Prinzip zur Verfügung, je nachdem, wer nun, sagen wir mal, Instrumente aktivieren soll, die Selbstfinanzierer, das heißt die Lerner und da ist es im Grunde ganz einfach. Worauf kann ein Lerner zurückgreifen? Entweder auf sein laufendes Einkommen, auf sein Vergangenes, dann hat er Vermögen gebildet oder auf sein zukünftiges. Dann macht er Kredit oder Darlehen. Mehr gibt es nicht. Ganz simpel. Das gilt im Grunde auch für Betriebe. Entweder nehmen Sie es auf den laufenden Umsatz, entweder haben Sie etwas zurückgelegt oder Sie nehmen auch einen Darlehen oder einen Kredit auf. Oder Sie setzen von der Steuer ab. Das ist noch eine andere Möglichkeit. Oder es gibt Umlagesysteme. Also all diese Dinge muss man eigentlich heute diskutieren, immer wieder, wenn es darum geht, lebenslanges Lernen gesellschaftlich, auf gesellschaftlicher Basis zu fördern und weiterzuentwickeln. Der Staat hat jede Menge an Finanzierungsinstrumenten zur Verfügung. Ich habe die hier mal etwas grob gefasst. In der Regel wird dann unterschieden zwischen nachfragebezogenen Instrumenten, also wo Sie sagen, der Staat die Lerner fördert, die dann mit dem Geld zu den Anbietern geht. Das sind diese verschiedenen Varianten, die Sie hier sehen, die wir alle durchgespielt haben, die man auch heute durchspielen muss, wenn man darüber nachdenkt, wie können wir zum Beispiel nicht nur Meister, sondern auch Techniker sozusagen finanziell fördern, wenn Sie ein Studium beginnen sollen. Oder es gibt die angebotsbezogenen Finanzierungsinstrumente, die also direkt an die Anbieter, an die Organisationen fließen. Das ist jetzt hier sehr formal aufgezählt, aber dahinter stehen ganz unterschiedliche Steuerungswirkungen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das kann ich jetzt nicht ausführen. Das macht einen Riesenunterschied, ob ich den Nachfrager geltige Hand gebe, egal auf welche Art, oder ob ich das direkt an die Anbieter gebe. Ganz unterschiedliche Steuerungseffekte, Effizienz und was da alles hineinkommt, die man dann im Blick haben muss. Ich glaube, man kann heute nach wie vor sagen, das haben wir damals alles untersuchen lassen, ich lese immer aufmerksam, ob es da Neues gibt. Also wenn man jetzt an die private Finanzierung denkt, da kommt man zu dem Schluss, dass etwa 20% der Haushalte nicht sparfähig sind. Das ist wichtig, weil immer wieder auch über Bildungssparen gesprochen wird. Wir selber haben, das werden Sie gleich sehen, einen Vorschlag gemacht, das ist ein Element unserer Architektur, wie wir das genannt haben, Bildungssparen. Wir haben damals ein Fraunhofer-Institut mit einer Expertise beauftragt und die haben ziemlich deutlich gemacht, dass 20% der Haushalte nicht sparfähig sind, verschuldet, überschuldet. Heute ist der Anteil vermutlich noch etwas größer. Was man auch immer mit im Blick haben muss, wenn man ein Sparmodell macht, also Bildungssparen, was es in anderen Ländern zum Teil gibt, bei uns gibt es das auch, aber das machen ganz wenige Private mit der Deutschen Bank oder mit der Sparkasse, ist aber kein gesellschaftlich verbreitetes Bildungsfinanzierungsmodell, bisher jedenfalls nicht. Aber wenn man das in den Blick nimmt, dann muss man sich immer darüber im Klaren sein, das konkurriert dann. Wenn man für Bildung spart, dann konkurriert das mit Sparen für Hausbau, Sparen für Gesundheit, für die Alterssicherung oder auch um Arbeitslosigkeit abzudecken. Das muss man klar sein. Und wir hatten damals immer die Debatte Hausbau. Also Bausparverträge. Die Leute packen doch immer schon in die Bausparverträge, die können dann nicht mehr noch einen Bildungssparvertrag machen. Da haben wir gesagt, was ist wichtiger, in die Köpfe, für die Köpfe sparen oder für den Beton. Das sind Entscheidungen, und in Deutschland ist ja die Entscheidung gefallen. gegen den Beton, aber nicht für die Köpfe. Das ist das Interessante. So, ein wichtiger Punkt, auch für die Zielgruppe, die vielleicht irgendwo zuguckt, also für die Meister und Techniker, ab Mitte 30 gibt es praktisch kein öffentliches Förderinstrument mehr, außer MeisterBAföG oder AFBG. Ansonsten nur noch steuerliche Regelung, man kann was abziehen, wenn man, also entweder als Sonderausgaben oder als Werbungskosten, Werbungsausgaben. Sonst gibt es kaum was. Nur noch bei der Bundesagentur oder AFBG. BAföG nicht. BAföG endet bei 30, soll jetzt auf 35 erhöht werden. Aber darüber gibt es gar nichts. In Schweden, um jetzt mal einen kleinen Sprung da vorne zu machen, in Schweden wird gefördert öffentlich inzwischen bis zum 65. Lebensjahr. Können Sie weiterlernen, lebenslange lernen und öffentliche Förderung in Anspruch nehmen. Darauf komme ich zurück. Was auch interessant ist, die öffentlichen Bildungstransfers, jetzt im Bereich Bildung, Bildung insgesamt, konzentrieren sich zu über 50% auf Lernende zwischen dem 18. und 26. Lebensjahr. Das wird sich jetzt etwas geändert haben durch Bachelor-Master-Struktur. Da ist vielleicht sogar die Marge noch ein bisschen kleiner, wie ich spanne. Und überwiegend auf die allgemeine Bildung. Auch das muss man wissen. Also es ist sehr, sehr konzentriert. Ja, und andere, wie hier steht, haben kaum eine Chance. So, dann haben wir gesagt, immer mit Blick auf diese verschiedenen Zielgruppen, wir müssen erstmal Leuten die Chance geben, Abschlüsse nachzuholen, was geschieht ja auch schon über zweiten Bildungsweg und so weiter. Also nachholen von Schulischen, von Hochschulabschlüssen, da wären jetzt die Techniker und Meister jetzt drin, wenn es um den Meister beispielsweise geht, oder hier waren sie Aufstiegsfortbildung. Wir haben aber gesagt, die Finanzierung, die Finanzierung, die Finanzierungsstruktur sollte unterschiedlich sein. Das ist ein Werturteil, ganz klar. Aber wir haben gesagt, hier, nachholen von schulischen Abschlüssen, dann sollte sowohl der Lebensunterhalt wie auch die Maßnahme frei sein, Zuschuss sein. Beim Nachholen von Hochschulabschlüssen Maßnahme frei, also Abwesenheit von Studiengebühren, ist es wieder erreicht. Lebensunterhalt 50-50, Zuschuss und Darlehen. Ist nicht BAföG, doch BAföG ist es, nur dahinter stehen 35% zahlen die Länder, 50% der Bund. Und Aufstiegsfortbildung, das ist jetzt AFBG, Lebensunterhalt, Maßnahme, Zuschuss für beides, eine Kombination aus Zuschuss und Darlehen. Argument, ein zunehmend privates Interesse macht sich hier sozusagen bemerkbar. Ist eine These, die man bestreiten kann. So, immer umstritten ist das hier. Welche Rolle soll die Unterstützung beim Lebensunterhalt spielen? Beim BAföG ist klar, das dient dem Lebensunterhalt, beim AFBG Förderung auch. Und wir haben hier nochmal, das gilt ja nach wie vor, das gilt auch heute hier, die öffentlichen Transfers für die verschiedenen Zwecke, die an die Familien oder an die Lernenden gehen. Hier den Status Quo, Kindergeld, Kinderfreibetrag, BAföG, dann bei der Berufsausbildung SGB III, Arbeitslosigkeit und Berufsausbildungsbeihilfen. Das ist wichtig hier, bei Nachholen schulischer Abschlüsse, Förderung nur in Ausnahmefällen, auch das gilt heute noch. Und dann kommt bei der Aufstiegsfortbildung das AFBG. Wir haben gesagt, diese Lücke hier, die muss man kurzfristig schließen. Das heißt also, das AFBG erweitern zu einem Erwachsenenbildungsfördergesetz. Mit dessen Hilfe dann die ganzen Abschlüsse nachgeholt werden können. Das war sozusagen unser relativ kurzfristiger Vorschlag, der immer noch in der Welt ist. Die SPD jedenfalls diskutiert das immer noch heute, auch in der Großen Koalition. und langfristig haben wir gesagt, ist es eigentlich sinnvoll, ein einziges Förderinstrument, öffentliches Förderinstrument zu entwickeln. Das fängt schon an, hier, was immer wieder mal versucht worden ist, was zum Beispiel Schröder mal, Gerd Schröder mal kurzfristig in die Tonne gehauen hat, nämlich die Lerner ab einem bestimmten Alter als Erwachsene zu behandeln und das Kindergeld und die Kinderfreibeträge zu bündeln, um zu rechnen in eine bestimmte Summe und es den Lernern zu geben. Das wäre ein Bildungsgeld und alle anderen Förderinstrumente in ein einziges Förderinstrument zu integrieren, wo alle nach gleichen Prinzipien gefördert werden und wir haben das genannt des Bildungsfördergesetz. So, das ist das, was wir damals die Kommission für diese Adressaten vorgeschlagen haben, wir haben gesagt, auch die allgemeine politische soll gefördert werden, wir haben auch einen Bildungssparvorschlag gemacht, deshalb komme ich nochmal darauf zurück, deshalb haben wir das auch länger diskutiert, kann ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern, ist alles nachzulesen, ja, hier kommt Vorbild Schweden, das erläutere ich etwas später, also Sie sehen daran, wir haben schon versucht, so ein ganzes Bündel, wir haben das Architektur genannt, von Vorschlägen zu entwickeln, die alle auch sich gut ergänzen und damit insgesamt wirklich ein System der Förderung des lebenslangen Lernens für Erwachsene ist. Wir haben auch auf die Unternehmen geguckt, das sehen Sie hier, ich hatte vorhin von den Lernzeitkonten gesprochen, wichtig ist dabei Insolvenzschutz, wir hatten vorgeschlagen für Leiharbeitnehmer einen kleinen Umlagefonds einzurichten, weil die völlig außen vor sind, von Weiterbildungsaktivitäten, müssen die alle selber organisieren. Ganz wichtig, auf Arbeitgeberseite immer sofort abgelehnt, ein Freistellungs- und Rückkehrrecht für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Schweden haben das, die wundern sich immer, weil sie sagen, wieso sollen die Unternehmen da eigentlich pleite gehen, wenn das der Fall ist. Und Gutscheine für KMUs, das ist ein Instrument, also ich sagte vorhin, die kleinen, also Arbeitnehmer, Arbeitnehmer in kleinen Unternehmen, KMUs, haben deutlich geringere Chancen weitergebildet zu werden, wenn sie es nicht selber zahlen, das ist wichtig. Wir haben in England gesehen, dass englische KMUs gefördert werden, mit Bildungsgutscheinen, das haben wir auch vorgeschlagen und siehe da, Herr Laumann hat das in Nordrhein-Westfalen sofort eingeführt und inzwischen haben das mehrere Bundesländer eingeführt, diese Bildungsprämien, wie sie auch heißen, für KMUs. Da ist inzwischen einiges passiert, das können wir übergehen, das bleibt eigentlich immer noch, also auch die Arbeitslosen nochmal anders zu fördern, das übergehe ich auch. So, und das wollte ich Ihnen nochmal zeigen, das ist sozusagen unsere Gesamtarchitektur, da haben wir die Unternehmen, die Individuen, die öffentliche Hand und hier sind die verschiedenen Instrumente, die ich eben kurz angerissen habe, die wir vorgeschlagen haben, aufgeschrieben und nochmal, was die einzelnen dieser drei Akteure jeweils bei den Instrumenten beitragen sollen. Also wir fanden das eigentlich ein so schönes, komplexes Angebot, was wir da gemacht haben und Sie sehen aber auch, es sind eine ganze Menge Dinge passiert, auf tarifvertraglicher Ebene, Betriebsvereinbarungsebene und so weiter, brauchen wir nicht alles angucken, Bildungscheck NRW habe ich eben genannt, hier sehen Sie, welche Bundesländer inzwischen auch in den letzten Jahren solche Bildungscheck-Sachen initiiert haben, hier sind andere Maßnahmen, hier Aufstieg durch Bildung beispielsweise, Wegebau ist ja allen bekannt, glaube ich, also da ist viel passiert, aber wie ein Flickteppich, hier was da, was da, was da, was da, was da ist kein System dahinter, das muss man deutlich sehen. Wie gesagt, wir hatten einen Bildungsspar-Vorschlag gemacht, der ist dann bei der Nachfolgerin, der von uns adressierten Bildungsministerin nicht angekommen, die hat dann ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben, was wahrscheinlich teurer war als uns, das vermute ich mal bei Herr Rürop dabei war, das war ein ganz anderer Vorschlag, sehr punktuell, unser Vorschlag war ein systemischer, kann man fast sagen, gut, es hat sich doch eben ein bisschen getan, es ist was angeregt worden, wie gesagt, das war das, das waren die Argumente, die Frau Schawan damals vorgetragen hat, um ihr Bildungsspar-Modell hochfähig zu machen, das wurde aber dann auf Eis gelegt und liegt auch immer noch im Kühlschrank, wenn man das so ausdrücken kann. So, ich komme zu meinem letzten Punkt, ich erwähnte schon das sogenannte schwedische Modell, das hat uns damals schwer beeindruckt, von allen fünf Ländern, die wir bereist haben, wir haben bereist Frankreich, England, Dänemark, sechs, Niederlande, Schweden und ein bisschen Oberitalien, Oberitalien gab es so ein Gutschein-System auch für Arbeitslose, was uns in Schweden beeindruckt hat, das ist ein System des lebenslangen Lernens, da hat jeder schwedische Bürger, der eine Ausbildung abgeschlossen hat, hat ein Recht auf lebenslanges Lernens, inzwischen bis zum 65. Lebensjahr, zu unserer Zeit war das noch bis zum 60. 158 Wochen, das sind drei Jahre, also jeder Schwede kann nach seinem Studium oder nach irgendwelchem Abschluss, den er gemacht hat, bis zu seinem 65. Leben, irgendwie drei Jahre verteilt über diese Zeit weiterlernen. Er kann die Hochschulen benutzen, er kann die Berufsschulen benutzen, kostet ihn nichts und der Unterhalt wird finanziert als Zuschuss in Höhe des Arbeitslosengeldes, wer mehr braucht, muss ein Darlehen aufnehmen und die Darlehenszinsen werden wieder subventioniert. Das ist ein ganz einfaches, ganz klares Modell, aber wenn Sie gucken, wie Prozent des Bruttoinlandsprodukts von Schweden ist, ist ein bisschen höher als bei uns, was dann relativ aus der Wertschöpfung dort abgezweigt wird. Und das schwedische Modell entspricht fast einer anderen Idee, die eigentlich uralt ist, aber in Deutschland eigentlich kaum diskutiert wird. Im Angelsachsen heißt es der Entitlement Approach, Entitlement Ansatz. Sie wissen, ist so ein bisschen wie Recht auf Bildung. Aber die Idee ist folgende und wir sind in der Kommission schon darauf gekommen, haben das ganz hinten als letzten Satz geschrieben, das sollte mal geprüft werden, hat da bis heute keiner gemacht, deshalb sitze ich jetzt da dran. Die Idee ist, und die ist uns gekommen, zu dem Zeitpunkt, die sogenannten Langzeitgebühren an einigen Hochschulen eingeführt wurden in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, und da haben wir erst immer gedacht, das sind ja Strafgebühren, da werden Leute bestraft, weil sie zu lang studieren. Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, zu sagen, man kann das doch umdrehen, man kann sagen, die Kehrseite ist doch, dass Nordrhein-Westfalen als Staat, ist verallgemeiner die Gesellschaft, den jungen Menschen eine bestimmte Zeit schenkt, einräumt, um zu lernen. Und finanziert wird es von der Gesellschaft. Von der Angebotsseite ganz, zu 100, und von der Lebensunterhaltssache zum Teil, und so weiter. Und das ist im Grunde die Idee des Entitlement, also sagen, die Gesellschaft räumt jedem ihrer Mitglieder ein bestimmtes Kontingent Lernzeit ein, was die Gesellschaft entweder ganz oder zum Teil finanziert. Das ist die Idee. Ich finde, erst mal ist es eine gute Idee, sie ist relativ einfach, auf den ersten Blick zumindest, und sie entspricht eigentlich einer Gesellschaft, die lebenslanges Lernen auf die Fahne geschrieben hat. Und ich habe jetzt, wie gesagt, für die Bertelsmann Stiftung, versuche ich das mal durchzuspielen, ist das finanzierbar, unter welchen Bedingungen wäre das finanzierbar, und zwar vom Kindergarten bis zum 65. Lebensjahr, und deshalb finden Sie da oben auch 65. aber ich habe das hier jetzt nur mal modellhaft mal durchgespielt, für vier Jahre, also im Sinne dieses lebenslange Lernen für Erwachsene, also die schon einen Abschluss haben, für vier Jahre, das wäre, sagen wir, der Fördersatz für die Nutzung von Angeboten, das ist nämlich die durchschnittliche Ausgabe pro Lerner im Jahre 2009. Ist gar nicht so hoch, 1295 Euro, sind im Jahre 2009 im Schnitt für jeden Lerner ausgegeben worden, von der öffentlichen Hand, so, und wenn man das sagt, das wollen wir jedem, jedem Mitglied der Geburtskohorten garantieren, dann kommt man zu dieser Summe hier, das heißt, wenn man es im Jahre 2009 gemacht hätte, dann müsste man, um, sagen, die bestimmte Bildungsleistung in Anspruch nehmen zu können, 3,47 Milliarden Euro, hätte man ausgeben müssen. So, wenn man jetzt aber auch noch die Idee aufgreifen würde, das ist ja auch der Lebensunterhalt, wenn man die dann sozusagen auch in Vollzeitmaßnahmen schicken würde, und der Lebensunterhalt wäre mit 1200 Euro einigermaßen gedeckt, dann wird es natürlich teuer, das sieht man hier, wenn man das über vier Jahre, auf vier Jahre hochrechnet und über so eine lange Zeit verteilt, dann wird es ganz schnell teuer, wie man hier sieht. Nichtsdestotrotz, ich übergehe jetzt mal das zweite Modell, da habe ich nur diese eine Quote, Sie sehen, das ist das, was faktisch in Prozent des Bruttoinlandsprodukts bisher, von 86 bis 2010 ausgegeben wurde, wenn man also diese beiden Modelle durchspielt, dann müsste man schon, müssten wir in Deutschland etwa um 1,7 Prozent oder über 1,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts dafür hergeben. Also, was meines Erachtens möglich sein müsste in diesem reichen Land, aber das ist immer eine andere Frage. Also, nehmen Sie vielleicht mit nach Hause diese Idee, durchdenken Sie es mal, ist das etwas, was eigentlich in eine Gesellschaft, die von sich sagt, sie sagt, eine Bildungsgesellschaft, eine lernende Gesellschaft, ob das eine Idee ist, die da reinpassen würde. als Finanzierungsidee. Ich danke Ihnen. Wenn ich mir Ihre Statistik eben angucke, dann muss ich sagen, alter Schwede, sehen wir da schlecht aus. Ja, die Schweden sind kreativ, kann man nicht anders sagen, jedenfalls, wenn es um solche Sachen geht. Also, nicht nur Elche, sondern auch Bildung. Man mag es kaum glauben. Was Sie aufgezeigt haben, wenn ich das zuspitze, sage ich jetzt mal, Sie haben das politische Schlagwort vom lebenslangen Lernen als komplette Luftnummer entlarvt. ist das nicht traurig für ein Land, was sich Qualität und Bildung auf die Fahnen geschrieben hat und damit in Europa und in der ganzen Welt rumläuft und sich da fast als Weltmeister propagiert? Sind wir ja nicht mehr. Die Weltmeisterschaft ist ja Illusion gewesen. Das haben wir ja seit PISA 2000, spätestens haben wir es gemerkt und seitdem immer wieder. Und das wird zwar leicht verbessert, aber die Gelehrten streiten sich ja schon, ob zum Beispiel PISA 2012, das ist die letzte PISA, wo Deutschland ja ein bisschen über den Durchschnitt gerückt ist, ob das nicht ein rein statistischer Effekt ist. Und zwar deshalb, weil weitere Länder dazu gekommen sind, die ein deutlich niedriges Bildungsniveau haben als Deutschland und das führt rein statistisch schon dazu, dass Deutschland nach oben geschoben wird. Da streiten sich jetzt die Experten. Aber ich glaube, es ist irgendwie plausibel für dieses Jahr. Wenn ich an Ihre Kurven denke, dass sich der Anteil der Weiterbildung für lebenslanges Lernen ausgegeben wird, eigentlich nicht mehr verändert hat, auf einem Niveau stabil bleibt, dass die Individuen immer mehr gefordert sind. Heißt das nicht, die Chancengleichheit nimmt ab? Das können nur noch Leute lernen, die ohnehin schon gebildet sind und deswegen viel Geld verdienen? Also diese, sagen wir mal, anders ausgedrückt, die kompensatorische Funktion, die ja Weiterbildung oder das lebenslange Lernen nach ersten Abschlüssen haben sollte, die ist nicht da. Die kompensatorische Funktion ist nicht da. Im Gegenteil, das wird fortgesetzt. Das heißt, die, die eigentlich lernen müssten, die grenzen wir immer weiter aus. Richtig. Haben wir noch Fragen im Publikum dazu? Ja, ich stimme zu. Ich denke, diese Statistik zeigt nicht die ganze Geschichte. Es gibt deutliche Unterschiede. Ich denke, wenn man das Glück hat, in einer größeren Firma, in einer relativ guten Stelle zu sein, dann ist lebenslanges Lernen wirklich erforderlich und wird praktiziert. Ich denke, bei uns auf jeden Fall seit wir Teil des Strabag-Konzerns sind, wird viel mehr investiert in die interne Fortbildung. Das heißt, wir haben nicht vielleicht die Interesse, dass einer Bachelor-Absolvent ein Mastermarkt auf unsere Kosten, aber durchaus spezielle interne Fortbildungen und ja, deswegen sind die Privilegierten sozusagen und da ist die Erfahrung, das gilt glaube ich für relativ viele größere Firmen. Das ist ein doppelter Effekt. Also einmal, das ist ja auch sagen wir, die Problemzone sind die kleinen U's, auch nicht alle, auch nicht alle, aber da häufen sich eher, sagen wir mal, die Unternehmen, in denen die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen deutlich geringere Chancen haben. In großen, die großen Unternehmen, Betriebe, auch die Deutschen, da liegt die Beteiligungsquote häufig bei 80, 90 Prozent, aber auch da wieder Arbeiter, Fachkräfte, Führungskräfte. Also da auch haben wir die Hierarchie, die unterscheiden sich ganz deutlich in dem Umfang, in dem sie Weiterbildung angeboten kriegen und auch wahrnehmen. Ja, erst mal ganz herzlichen Dank, also die Fakten schleudung muss ich erst mal verarbeiten. Schwedisches Modell, drei Jahre bildungsfrei ist ja nicht so viel, das ist ein knapper Bachelor, ein bisschen guter Master, es spricht eher aber für jeden. Für jeden, ja, aber im ganzen Leben. Haben sich dadurch die Bildungsanbieter verändert, dass sie eventuell kürzere Bereiche angeboten haben? Ich sage, das haben wir nicht erfahren, da habe ich auch noch nicht darüber gelesen. Also die, das sind ja die Hochschulen und die berufsbildenden Schulen. Die haben ja auch die Volkshochschulen, gibt es in Schweden ja auch sehr stark und das ist übrigens interessant. In den Volkshochschulen sind die meisten Kurse auch gebührenfrei, aber es gibt witzigerweise bestimmte Kursformate, da müssen die Lernenden selber, selber zahlen. Und zwar sind das Kursformate, die haben auch bestimmten Namen, die Lerner selber organisieren, ohne dass sie einen Dozenten der Volkshochschule haben. Das heißt, sie müssen praktisch die Räumlichkeiten mieten, so habe ich das immer verstanden. Die müssen was dafür zahlen, dass sie da drinnen lernen können. Das ist ganz witzig. Herr Schüli. Mal eine andere Frage, wie stellen Sie sich eigentlich die Kooperation im Handwerk vor? Wir reden ja immerhin über, ich nenne es einfach mal über eine Branche mit etwa 5,2 Millionen Beschäftigten. Das Handwerk ist ja im Augenblick in vielen Bereichen außen vor. Ich bin ja auch Mitglied der Vollversammlung der Handwerkskammer Karlsruhe. Mittlerweile gibt es ja Kooperationen zwischen Kammern, Hochschulen oder allgemein und das ist manchmal ziemlich verheerend, was da läuft. Wegbewerb und die besten Köpfe. Sie kennen ja das riesige Imageprojekt des Handwerks mit Filmchen, mit diesem, das und jenem. Wir kämpfen um Auszubildende. Welche Perspektiven haben eigentlich die Auszubildenden? Ich gehe in einen Drei-Mann-Betrieb. Ich habe keinerlei Möglichkeit, duale Studiengänge zu besuchen, wie bei der Industrie, Lehre plus Studienplatz oder danach Studienplatz, Bindung am Arbeitsplatz. Ich bin ja in der Sackgasse eigentlich und damit haben wir ja eigentlich hier einen ganzen Teil der Wirtschaft in dem System zum Teil abgekoppelt, was man so nimmt. Weil Drei-Mann-Betrieb, der Lehrling, so, dann heißt, was willst du machen? Meister. Vom Meister zum Frauenarzt. Das ist ja der große Slogan, den ich bei der öffentlichen Tagung immer wieder sage. So, ihr kennt ja den Spruch von mir. Aber was passiert mit dem Lehrling, vom Lehrling zum Bachelor und dann den Betrieb übernehmen? Also, ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, in diesen Bildungschecks, Gutschein-Modellen sind Handwerker ja einbezogen. Das sind ja die Kleinen, von 1 bis 250 Beschäftigte. Das sind ja auch Handwerksbetriebe. So, das ist jetzt die einfache Antwort. Die schwierige, die kompliziertere ist das folgende. Da bräuchte man, glaube ich, nochmal ein anderes Finanzierungsmodell oder ein sehr großzügiges, würde ich sagen, im Grunde ist das das Problem des Handwerks, vor allem der ganz kleinen Handwerksbetriebe, dass sie ja überhaupt nicht darauf verzichten können, mal einen Gesellen irgendwo hinzuschicken, weil dann fällt die Arbeit aus, also die Auswahlkosten sind zu hoch. Also müsste man im Grunde das so bauen, dass der die Chance hätte, jedenfalls für eine gewisse Zeit einen Ersatz dafür zu kriegen, sodass er den wirklich wegschicken kann. Aber das ist, glaube ich, auch schwierig. Das ist nicht denkbar eigentlich in den Betrieben. Dann hat er seinen Pätschel weg vom Betrieb. Wo kommt dann der Facharbeiter her? Ja gut, das Problem, aber das ist ja ein generelles. Ganz klar. Das ist ja ein generelles. Wer einen Bachelor macht, egal wo er herkommt oder sie herkommt, die wollen dann ja auch, klar. Aber das ist vielleicht das Problem insgesamt, ich sage mal, der Öffnung, der Öffnung der Hochschulen. Das haben wir gestern und heute auch immer wieder diskutiert und das Handwerk ist vielleicht der Verlierer dieser Öffnung. Vielleicht. Kann gut sein. Wäre nicht so gut. Also wir haben festgestellt, es gibt noch viel zu tun. Es gibt vor allen Dingen politisch noch viel zu bewegen, dass aus Lippenbekenntnissen tatsächliche Taten werden. Professor Timmermann, vielen Dank. Gern geschehen. Vielen Dank.